So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, jetzt ist schon ein bisschen länger her, wo ich mal wieder ein Video zwischendurch gemacht habe, aber dennoch wollte ich jetzt mal wieder eins machen. Und zwar habe ich mir den neuen Top Gun angeguckt, beziehungsweise habe ich noch einen anderen Film geguckt, und zwar den neuen Bullet Train. Kann ich auch kurz, nur ganz kurz was sagen. Ton, ja, war gut. Bild auch richtig gut. Film, klasse. Also für mich bis jetzt, bis jetzt, was ich gesehen habe, ich habe noch nicht Avatar gesehen, der beste Film des Jahres. Also der hat mich wirklich umgehauen. Da macht wirklich richtig Spaß, was ich damals nicht gedacht hätte. Ich habe so, ich weiß nicht, der Trailer habe ich geguckt, und mich hat da nicht umgehauen. Ich war auch nicht im Kino deswegen. Aber dann, wo da im Kino war, war ja so ein riesen Hype um den Film. Aber wirklich, wer den noch nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Der macht wirklich Spaß, vor allem die beiden. Denn hier Aaron Taylor Johnson und er hier, die sind ja so auch so ein Team, und die sind in dem Film, also die stehen für mich Brad Pitt Show. Also die haben wirklich klasse gespielt. Wie gesagt, da geht es so um Auftragsmörder, die dann alle im Zug sind. Mehr verrate ich nicht. Und ja, guckt euch den auf jeden Fall mal an. Das mal dazu, zu den Filmen. Aber heute soll es nicht um Bullet Train gehen. Habe ich jetzt kein Video extra gemacht. Wie gesagt, gibt es ja schon Reviews. Aber ich wollte ein Video machen zu, die für mich bisher, was ihr derzeit, oder sagen wir mal von den neueren Filmen, das Beste, was ihr an 4K derzeit bekommen könnt. Also ich habe mir gestern Top Gun angeguckt. Und natürlich nicht Top Gun alleine. Ich habe mir Top Gun vor den ersten angeguckt. Top Gun 1. Muss sagen, auch wenn jetzt Hate kommt und Dislikes, ich bin mit dem Film auch beim zweiten Mal nicht warm geworden. Also, Bild haben sie gut gemacht, gut remastered. Aber der Film war ein bisschen Drama, war ja noch dabei. Ein bisschen auch so Liebesschichte und so. Mir hat der echt nicht so gefallen. Aber ist halt die Schmack. Also ich bin kein Fan von denen, leider. Ich mag eigentlich sonst 80er, 90er Filme. Aber der hat mich, ich weiß nicht, der hat mich nicht gefallen, der Film, leider. Aber 4K haben sie gut gemacht. So, dann habe ich mir gestern Top Gun 2 angeguckt. Also ich habe die beiden hintereinander angeguckt. Ich sage, gestern, wenn ich das Video aber hochlade, das ist dann erst in der nächsten Woche. Weil heute, wo ich es drehe, habe ich es Sonntagsvideo freigegeben, am Samstag. Ich habe die gestern Freitag geguckt. Ja, was soll ich zu Top Gun sagen? Erstmal das Technische. Der Film hat ein, oder sagen wir mal, hat ein hammergeiles Bild. Also ich weiß jetzt nicht, ich rede jetzt von der 4K. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Blu-ray ist. Die 4K hat IMAX-Szenen. Wer jetzt nicht weiß, was IMAX ist, IMAX heißt, im Vollbildformat und normale Szenen habt ihr ja immer oben und unten Balken. Das schwankt zwischen den Filmen, aber nicht so wie bei Transformers The Last Night, also Transformers 5. Hier ist es eigentlich fast, ich sage mal fast, sehr, sehr oft Vollbild. Auch in Action-Szenen. Hier wurde nichts im Studio gedreht, es wurde alles draußen in Echte gedreht. Die Flugzeugszenen, alles. Es ist alles in Echte gemacht. Man sieht es auch. Also so ein hammergeiles Bild. Ich kann mir den auf einen richtig großen Fernseher noch, ich habe jetzt nur 55 Zoll, aber auf so einen richtig großen Fernseher also richtig gut vorstellen. So, das war das Bild. Der Ton, der haut euch aus den Socken, aber auch nur bei der 4K. Denn, habe ich ja, glaube ich, in den Videos schon erzählt. Na, stell schon auf. Nur die 4K hat Englisch und Deutsch Dolby Atmos. Es ist auch noch türkisch auf der 4K, wer das interessiert. Die Blu-Ray Deutsch Dolby Digital 5.1. Ja, warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Das war aber damals schon bei Overload, Operation Overload zu, äh, dass die 4K nur deutschen Dolby Atmos Sound hatte und die Blu-Ray nicht. Also, keine Ahnung, aber, also, wer den sich holen will, kauft euch hier die 4K, auch wenn er sagt, ja, sind 12 Euro mehr. Alleine vom Sound, finde ich, lohnt sich das. Upgrade. Ich habe jetzt die, äh, die Blu-Ray nicht geguckt, aber, das ist alleine schon vom Sound. Das Bild ist phänomenal. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Blu-Ray-Bild auch so geil aussieht. Auf jeden Fall. So, jetzt, das war erstmal das Technische. Jetzt kommen wir mal zum Film. Zum Film selber, muss ich sagen, das Action, also, was an Action angeht, wie gesagt, Prarial, Hammergeil, sowas hat man, ja, hat man ja schon mal gesehen. Wahrscheinlich schon, Actionmäßig hat man alle schon gesehen, aber, sieht verdammt gut aus. Die Geschichte dahinter, muss ich sagen, ja, hat mich jetzt nicht umgehauen. Also, wenn mal, wenn es kein Action war, war es eher für mich, jetzt mache ich mich wieder unbeliebt, etwas langweilig, aber, die Story war jetzt nichts Besonderes, muss ich sagen. der Film wird ja richtig gehyped. Es gibt ja eigentlich keinen, der den nicht mag. Andreas, du magst ihn nicht, ich grüße dich, falls du guckst. Auf jeden Fall, ähm, ja, der Film ist auf jeden Fall gut. Ich will jetzt den überhaupt nicht schlecht drehen. Von der Geschichte her, ist es jetzt gar ein Film, den ich mir jetzt zehnmal oder so angucken könnte. Also, da wollte ich mir, ohne Scheiße, wollte ich mir lieber, Bullet Train, wollte ich mir lieber jetzt nochmal angucken, als Top Gun. Wie gesagt, so, die Geschichte dahinter hat mich jetzt nicht so, klar, es ist, ich will jetzt nicht so viel verraten, weil noch was vom ersten Teil, es ist noch ein bisschen Drama dabei. Auch die Geschichte dahinter mit seinem Freund vom ersten, das war auch gut gemacht. Aber so, ja, aber alleine vom Technischen her, bra real, also, wow. Guckt euch den 4K an, also, und dann, weiter aus den Socken auf jeden Fall, wie ich, weil das war so ein geiles Bild, auch wo da dann im Schnee ist, der Tom Cruise und so. Also, ich freue mich schon auf jeden Fall nächstes Jahr auf den neuen Mission Impossible, kommt ja nächstes Jahr, Death to Reckoning Part 1. Wird ja ein Zweiteiler, ist ja dann das Finale, quasi 7 und 8. Ich habe ja auch alle hier in 4K. Wollte ich damals auch mal ein Video machen, ist auch schon etwas länger, ja. Aber, wie gesagt, die lohnt sich eigentlich auch in 4K, finde ich. und, vor allem, da sieht jetzt besser aus, als Mission Impossible Fallout, also der letzte, da sahen sie sich auch gut aus, aber auf jeden Fall, dann, wo die IMAX-Singen kamen, hat man erst mal gesehen, wie geil das Bild dann war. Also, ich finde Fallout auch geil. Ich finde, allgemein diese Mission Impossible-Reihe geil. Also, meine Meinung, ist wieder meine Meinung, Mission Impossible ist für mich geiler. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, der beste Tom Cruise-Film, ja, es ist der erfolgreichste Film von Tom Cruise, es ist der erfolgreichste Paramount-Film, aber für mich, also nicht der beste Tom Cruise-Film. Meine Meinung wieder. Es ist nur meine Meinung. Ja, kann ich sonst noch was zu sagen? Wir gucken uns gleich nochmal die Verpackung an. Eigentlich bin ich jetzt derzeit schon fertig mit, da habe ich noch was zu sagen, eigentlich nicht. Ne, gucken wir uns das mal an. Ich habe es jetzt hier schon in der Furie, aber noch nicht zugeklebt, weil ich dachte, ja, packen wir mal nochmal aus. Wie gesagt, da ist so ein Pappschuber drum, was ja Paramount-typisch unnormal ist, weil die haben nie einen Pappschuber, aber gibt es ja da nicht. Ist so ein Klanzschuber, aber das FSK-Locke war aufgedruckt, auf dem Pappschuber, man konnte es jedoch gut entfernen. Also, es hat nicht geklebt, keine Kleberückstände, sonst was. Also, man konnte es gut entfernen, aber was ich nicht verstehe, kann man doch auf der Folie machen. Also, gut, bei Disney ist es ja so, die Pappschuber, die wurde immer schön draufgedruckt. Den ist so ein Scheiß her. Ja, so, da steht es nicht richtig scharf. So, haben wir auf jeden Fall hier geprägt, ist der Pappschuber. So atemberaubend, hat lange kein Actionfilm mehr ausgesehen. Genau, da habe ich ja auch gesagt, top. aber irgendwie ist das Bild hier scharf. auf der Kamera kommt es schärfer rüber, aber auf der, auf dem, äh, auf dem, auf der, auf der Amorway ist es ein bisschen unschärfer. Also hier oben, 4K in so kleinen Schuber. Wie gesagt, richtig cool. Wahrscheinlich, weil es so ein erfolgreicher Film war. Deutsch, Englisch, Dolby Atmos, habe ich alles schon erklärt. Grandioses Comeback zwischen, zwischen moderner Action und Nostalgie. Genau, hier die Szene gab es ja damals auch. Äh, jetzt ist es ja eine Football-Szene. Damals ja so eine, was war's, Beachvolleyball-Szene. So, wie gesagt, ist der Pappschuber. So cool, aber dass mal, so was mal wieder dabei ist. Ich mag die ja. Ich weiß, viele mögen die nicht. Die sortieren die extra, oder schmeißen die weg. Äh, bin ich ja nicht so. Auf jeden Fall hat man gehört. Ich habe schon gewendet. Ein Wendekammer haben wir hier. Und hier seht ihr, es ist nicht ganz so scharf irgendwie. Also ein bisschen pixelig. Und das liegt nicht an meiner Kamera. Aber warum hat, es ist ein Wendekammer. Das ist nicht schlimm. Aber warum hat man das HDR gelassen? Also, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. 4K plus Blu-ray. Eigentlich fast genauso. Ist eigentlich genauso aufgebaut. Dann hat man noch die zwei Disc. Natürlich per mount typisch nur Silber. Aber das kennt man ja nicht anders von denen. Hier die 4K. Und da die Blu-ray. Ja, das war es eigentlich schon. Also, so, dann packe ich den wieder in den Pappschuber. Und dann kommt er in eine Schutzfolie, wie jeden Film, den ich gesehen habe. Ja, es ist cool, dass man dabei ist. Man hat ja nicht extra bezahlt. Was kann man jetzt? 26 Euro. Ja, wisst, die Preise gehen sowieso nicht runter. Also, deswegen kann man da nicht meckern. Bei vielen ist es ja noch teurer. Disney und so. Ja. Auf jeden Fall cool, cool. Was ich mir jedoch von den neueren Filmen noch nicht angeguckt habe. Also, ich habe mir jetzt den Bullet Train habe ich mir angeguckt. Den Top Gun habe ich mir noch den ersten nochmal angeguckt. Aber den Nope habe ich mir noch nicht angeguckt. Da habe ich es ja schon gesagt, wie ich dazu stehe. Also, Get Out war für mich wow. Also, ich muss sagen, ab lange kein so gut ist es Horror, ist es kein Horror. Ah, schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall, Vior fand ich, naja, mittelmäßig. Also, das war nicht schlecht. Und, ja, Nope habe ich noch nicht gesehen. Aber auf jeden Fall ist Nope ja auch ab 12. Und, mal sehen. Also, das Extra ist ab 16. Aber der Film ab 12. Keine Ahnung. Mal gucken. So, jetzt habe ich auch die lange genug gequatscht, sage ich mal. 11 Minuten, 12 Minuten. Ja, schreibt mal eure Meinung. Findet ihr den Film overhyped? Oder, was sagt ihr zum Film? Ich habe, wie gesagt, jetzt sind beide geguckt, kann ich auch beide reinhalten. So. Ja, für mich, ja, Kammerfilme sind Filme, ich finde den zweiten besser. Auf jeden Fall finden ja viele. Kann man sich angucken. Ist jetzt aber nicht, wo ich sage, unter meinen Top 100 Lieblingsfilmen, sage ich mal. Also, ist wieder nur meine Meinung. Und ihr wisst es, wenn mir was nicht gefällt, sage ich es auch. Da können auch welche Dislike geben, ist mir ja. Also, ist halt so. Ich sage jetzt nicht, ich sage, ich rede nicht schön, dass es jetzt wirklich der beste Film aller Zeiten ist für mich. Ist es ja nicht. Deswegen sage ich das auch. Ja, ich bin mal gespannt, wie Nob ist, wie der mir gefällt. Da werde ich auch jetzt kein extra Video machen. Ja, was noch kommt, ich habe noch 5 Playstation Spiele gekauft. Da werde ich, denke ich, mal noch ein separates Video machen. Die Spiele kommen ja immer nicht so gut an bei euch. Da mache ich ein extra Video, noch wen es interessieren sollte. Und ja, das war es dann fürs Video. Wie gesagt, schreibt mir unten rein, wie findet ihr Top Gun, den neuen und den alten. Also, der alte ist für mich, hat da überhaupt nichts mehr Nostalgie. Vielleicht, weil der den damals geguckt hat oder so. Also, da gibt es welche, die sind, die sind, die kann ich mir hundertmal angucken. Aber ich habe mir jetzt zweimal geguckt. Also, ich habe jetzt kein Interesse, den nochmal zu gucken. Den ersten. Den zweiten, da ist mir noch was gefallen. Aber, den ersten, ich bin echt nicht warm geworden mit denen. Aber naja, wie ist das mein Geschmack? Und ja, wollte ich sagen, bedanke mich für das Zusehen. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Alle neuen Zuschauer, die jetzt hier wegen den 4K auf den Kanal gestoßen sind, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und da wollte ich sagen, wir sind zum nächsten Video. Bis dann und ciao.